Energie niedrig. Ok, wenn wir dort sind, müssen wir Energieausflagen. Oh, ich würde nicht sagen, dass das ziemlich rapide absenkt, aber... Oh, du egler und frühe Decker, du bringst uns Moyo. Das Volk des Planeten Wakoa hat sich an die Schreibtische zurückgezogen und dichtet neuerdings Sonette und Oden über deine Heldentaten. Die 20.000 Spodos Honorar sind deiner Großtat nicht gemessen. Aber nächsten Monat ist Karaokeabend. Schau doch mal über eines noch. Ein Stück Kuchen? Haben wir überhaupt Kuchen? Oh Moment, wir haben keinen Kuchen. Richtig? Ja, wir haben keinen Kuchen dabei. Geschafft, kehre zu deinem Heimatplan. Das kann doch nicht der Ernst sein, dass nur hier die ganze Zeit die Mongotaten hier machen muss. Siehst du, wie lange das dauert hier? Wir sind doch eine Million Jahre jetzt beschäftigt damit. Ja! Gut gemacht! Wunderbar! Captain, bist du bereit, das mächtige Reich der inneren Spezies in die Galaxie hinauszutragen? Es gibt viel zu tun und viel zu lernen. Was soll denn deine nächste Mission sein? Was soll man machen? Reich vergrößern, Universum erforschen oder Aliens interagieren? Keine Ahnung. Ene mene muh und raus bist du. Ene mene muh und raus bist du. Ich möchte mit anderen Aliens interagieren. Was wollen wir das jetzt für Nerven machen? Okay, wir können auch Ene mene muh. Mach du und du sagst Stopp. Ene mene muh und raus. Was machst du da? Das ist vollkommen hart, das ist nicht richtig. Ene mene muh und raus bist du. Raus bist du noch lange, lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Und jetzt sehen wir jetzt? Ein paar Millionen Jahre. Wie wärs wenn du die Zahl von 1 bis 3 nimmst? Eine Million. Okay, also ich möchte das... Das war jetzt sehr klar, was ich hier gemacht habe. Die Galaxie ist weitläufig. Da gibt es viel zu erforschen. Unentdeckte Planeten, neue Lebensformen und andere intelligente Speziesporten da draußen. Nur darauf, dass du sie findest. Fliege so viele verschiedene Planeten an wie möglich. Auf deinen Reisen wirst du verschiedenen Tieren begegnen, auf seltsame Planeten und neue Zivilisationen stoßen und große Geheimnisse entdecken. Im Laufe deiner Forschungsreisen erwirbst du dir Plaketten, die neue Werkzeuge freischalten, die du dann kaufen kannst. Diese Werkzeuge werden dir bei deinen Abenteuern sehr nützlich sein. Artefakten oder Planeten einfärben? Das sind Artefakten? Ich weiß es nicht. Ist mir eigentlich... Inne Mene Mopel ist so scheiße. Inne Mene Mopel ist aber was anderes, was ich gerade habe. Ah gut, Inne Mene Mou, ja. Inne Mene Mopel. Ja, ja. Inne Mene Mopel, wer frisst Popel, wer frisst Dreck und der muss weg. Na dann geh bitte. Das ist mein Juni. Lies. Du bist ein Artefaktenjäger. In der ganzen Galaxie gibt es überall zahlreiche verstreute Sammlerstücke, die nur darauf warten entdeckt und gesammelt zu werden. Diese Artefakte sind meist selten und können Teil einer wertvollen Sammlung sein oder an andere Reiche verkauft werden. Macht das der, der, äh, ja. Wer? Wer heißt das hier, wenn du studierst und das vorliest, der dir? Dozent. Dozenten. Macht er das auch? Manche vielleicht. Oh Gott. Zusätzlich zu diesem hochwertigen Objekt zahlen wir dir für die Suche 5.000 Spor-Dollars. Okay, wie finde ich das? Oh, leck mich doch. Das ist voll. Du musst durch die Galaxie reisen und verschiedene Sonnensysteme besuchen, um die seltenen Objekte ausfindig zu machen. Wenn du in ein Sonnensystem hineinfliegst, bewege die Maus über die einzelnen Planeten, siehst du ein gelbes Signal, befindet sich dort ein seltenes Objekt. Das können wir uns ja merken, ne? Auf der Planetenoberfläche zeigt dein Radar das Objekt an, wenn du nah genug bist. Klingt faszinierend. Oh, wirklich. Sobald du die seltenen Objekte auf der Planetenoberfläche geordnet hast, bringe sie mit einem entführten Werkzeug in deinen Frachtraum. Dann lieferst du sie hier bei uns ab. Viel Glück und Waldmannsheil. Tschüssi. Wiedersehen. Wir haben noch viele Tiere. Wollen wir erstmal die Tiere bei uns abladen? Wenn das geht. Wie viel laden wir das mit ein paar Türen ab? Türen abladen. Das machen wir immer gern. Oder irgendwas. Irgendwas laden wir jetzt ab. Hat das funktioniert? Ja. Wir haben fünf von den neunten abgeladen. Ja. Du bringst sie gerade um. Oh. 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 Du hast ihn wirklich nicht geschmissen. Die Räume vertragen das vielleicht. Aber die hier nicht. Ups. Mehr geht nicht. Nee, mehr geht nicht. Die ökologische Nische ist voll. Ach, das ist gut. Das müssen wir noch. Okay. Gut. Dann lass uns. Aufs Läge. Oh. 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 Sonnensystem. Ne? Hier sind mir fast schon zu viele Linien. Überall sind es Linien. Oder wollen wir erstmal ganz viele Quests annehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht macht es nicht mehr Sinn. Mache einfach. An tolt. An tolt, Juso. An tolt, Juso. An tolt, Juso. Was machen wir denn? Bist du schon bereit, vergessen zu werden? Oh, was heißt schon? Du musst schon mal. Seien begrüßt. Moment, Moment. Wer hat das nicht vermischt? Hm. Was ist hier? Ok. Also, nicht. Oh ja, ich verliere mich. 16.000 bringt hier eins. Alles klar. Gut, 50.000. Und bisher, oder was ist denn das? Keine Elektro-Spiele. Ah, und zum mal leisten. Ja. Vor allem, das ist so geil, dass wir den einen gefunden haben, der über Kuchen redet. Das war so geil einfach. Captain, du bist zurückgekehrt. Das Raumschuss? Hm. Ja, wir bitten nochmal darum, uns in die Umlaufbahn einschwenken zu dürfen. Wir erwarten deine Institution. Ach so. Während du für uns tödlich willst, können wir uns viel freier dem Kampfträgen widmen. Gibt es hier irgendwas, was erledigt werden muss? Vor langer Zeit haben wir Schneepugelrelikte auf einem anderen Planet zurückgelassen. Jetzt stehlen sie Piraten. Die Innerspezies wird diese Dinge sammeln und auf dem Planeten Anteut bringen, wo sie vor Piraten sicher sind. Wir werden die Innerspezies dafür bezahlen. Okay. Die Innerspezies findet Schneepugelrelikte auf Planeten. Und Planeten alliherum im Haus, das muss ich ja jetzt hier vorlesen, oder? bringen alle Objekte zu Anteut, kommt zurück wegen 60.000 Sport. Ich bin der Mann von mir eigentlich. Nein, eigentlich nicht. Das ist ja wunderschön. Das ist ja ganz schön gemein, wenn wir davon ausgehen, dass nur, ne, ist schon, das ist ziemlich freier. Ja, jetzt weiter. Gut. Das First Katumon Reich ist erfreut über deine Unterstützung. Wir hätten mal fragen können, ob die vielleicht was zu tun, äh, noch ein paar Teile für uns haben. Achso. Naja, egal. Äh, was? Finde drei Schneegugeln. Okay. Was ist das hier? Ja, wir wollen ja erstmal noch ein paar Missionen annehmen, weil Zeitpunkt haben wir ja bei Kai. Lass doch erstmal das eine machen, das war vollkommen... Ja, das andere hätten wir auch machen können, du Scherzkeks. Das sind halt nur mehrere Missionen, die wir jetzt haben. Was machst du? Ich such die Mission, ich find hier... Naja, das ist nicht das Sonnensystem. Ach, das stimmt. Wir spielen jetzt seit einer Stunde Zweifel. Ja, das, deswegen... Alle wissen, dass sie ziemlich unfähig ist. Ne, jetzt antworten. Ja, sie ist unfähig. Da können wir doch hin. Ne, wieso das doch antwortet, da kam doch gerade her. Da finden sie ein seltsames Handelsgut. Wenn der Planetsgeld leuchtet... Tut aber doch gar nicht. Ja, aber eben. Das, da... Der kommt doch gerade her mit dem Kuchen. Dann nicht. Was quatscht denn schon so mit denen? Ach, wohl an, Kapitän Inna, das Krabbit reich. Finde dich wohl bei bester Laune. Du musst mit uns deinen zahlreichen tollkühlen und gelandeten Abenteuern unter den Sternen verwöhnen. Wir hängen an deinen Lippen. Unsere eigenen Geschichten werden dagegen verblasen. Damit ist es perfekt. Ein Stück Kuchen? Wir haben Kuchen. Oh, Moment. Wir haben doch keinen Kuchen. Hey, verkaufst du nicht zufällig Kuchen? Du hast ja keinen. Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte. Warte, mach. Jetzt. Nein, ich bin jetzt alleine bei dir. Wir würden dir gerne Arbeit geben. Sprechen wir schnell. Hallo. Du brauchst bestimmt Geld. Ha. Wir können dich hier hin und dorthin schicken. Bist du schnell. Ja. Wir hätten einen botanischen Botengang dabei. Oh, 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 oh. Das Festival der feindsinnigen Ironie findet bald statt. Und ich möchte dazu ein Kleidungsensemble tragen, dass die Sitten und nahe Zeiten unsere Zeitsubstile auf die Schippe nimmt. Für den Hut brauche ich einen Zweig aus Ästen der Apfel-Dutch-Planche. Apfel-Dutch-Planche. Könntest du mir wohl ein solches Apfel-Dutch-Zweigenglein bringen unter der Hand, damit niemand erfährt, was ich vorhabe. Ach, einfach mal ohne Geld oder was? Ja, wir wollen da Geld für haben. Eine Pflanze beschaffen. Ja, das kriege ich. Ganz wunderbar. Schau aber auf die Uhr. Deine Verweiterung auf dem Planeten. Gratios. Doch, wechseln. Nichts überschreiten. Gabel dich wohl. Siehst du, jetzt sammeln wir hier überall Quests allein. Dann können wir die nach der Reihe einfach easy ablösen. Wo haben wir noch nicht? Okay, mal... Ja, das. Mach das mal weg. Das hier. Das auch weg. Und das. Okay. Und jetzt... Okay, gleich mal wo wir sind. Das hier. Was hieß denn das Fragezeichen? Ich hab keine Ahnung, nochmal ein paar. Ja. Du bist offenbar unabsichtlich in unsere Terrorgruppen vorgetrunken. Der große Rat freut sich auf eine Beziehung zu beider Seiten. Warte. Wieso? Da wollen wir Beziehungen beenden. Alles klar. Gut, Jungs. Ja, fahr da nicht hin. Oh, was ist das? Wir können auch wieder zurück? Na, wir sehen ja, aber euch nicht mehr. Okay, fahr mal zurück. So langsam, wie wir gerade euch in die EP verunterladen. Ne? Alla sind sie Missionen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jennifer Schalmerk, Bist du sagst ja, Ach, mach, mach. Oh, was ist das. Du faire ja nicht. Du hast ja nicht.